Hallo liebe Reiserruppe, mein Name ist Susanne. Ich werde eure nächste Reiseleiterin sein durch die verschiedenen Länder von Südamerika mit Ventura. Ich bin Bolivianerin und ich bin in Oruo geboren. Es ist eine kleine Stadt von Bolivien, aber sehr bekannt von seinen Faschings, denn ich sehr viel genieße. Ich genieße auch sehr viel diesen Job. Ich arbeite schon seit 8 Jahren als Reiseleiterin durch Bolivien und Südamerika mit Ventura. Ich habe mit Ventura angefangen. Was ich sehr mag von dieser Arbeit ist die Vielfalt von Kulturen und die unglaubliche Natur, die es gibt in dem ganzen Kontinent. Also ich freue mich, dass wir zusammen reisen werden und wir werden uns sicher schon im Flughafen sehen. Und ich wünsche, dass wir zusammen eine herrliche Reise haben werden. Tschüss! Tschüss!